Als hätten wir mit Corona nicht schon genug zu tun, kommt jetzt noch der EU-Ministerrat und plant auch noch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie beispielsweise WhatsApp oder Signal bieten, insoweit aufzuheben, als dass die Dienste, die so eine End-zu-End-Verschlüsselung haben, künftig dem Staat immer einen Generalschlüssel geben müssen, damit man immer reinschauen kann in unsere Kommunikation. Ob das wirklich gewünscht sein kann, was da geplant ist und welche geheimen Dokumente da geleakt worden sind und vor allen Dingen, wie weit das Ganze politisch schon auf EU-Ebene gebracht worden ist, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr über dieses nachfolgende traurige Ereignis up-to-date bleiben wollt. Und das traurige Ereignis kommt mal wieder von der EU. Nein, hat nichts mit Artikel 17 zu tun. Diesmal hat es was zu tun mit Terrorismusbekämpfung und der quasi Aufhebung einer End-zu-End-Verschlüsselung beziehungsweise der Sicherheit einer End-zu-End-Verschlüsselung. Doch fangen wir ganz von vorne an. Was ist genau geplant? Was ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Und wie sieht dieses geheime Dokument aus? Die Diskussionen selbst sind natürlich nicht neu. Die Politik hat schon immer mal wieder Gesetzesvorhaben angedacht, damit die Polizei zur Strafverfolgung und zur Terrorismusbekämpfung weitreichenderen Zugriff in die Telekommunikationsstaaten bekommen soll. Aber im EU-Ministerrat ist jetzt etwas sehr Konkretes auf den Weg gebracht worden. Man möchte eine End-zu-End-Verschlüsselung auf Nachrichtendiensten wie WhatsApp ja nicht verbieten, sondern man möchte reinschauen mit einem Schlüssel. Damit hat man quasi keine End-zu-End-Verschlüsselung mehr, sondern einen Generalschlüssel, über den man reinschauen kann. Vorwand dafür ist die Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung wie für so vieles, muss man sagen, was auf Gesetzesebene so geschaffen wird. Den geheimen Entwurf, den will ich euch gleich mal zeigen. Erstmal will ich euch aber sagen, was so eine End-zu-End-Verschlüsselung ist. Also wenn ich eine Nachricht hier mit WhatsApp abschicke und euch dann entsprechend zusende, dann, oder einem von euch zusende, dann wird die Nachricht auf meinem Handy verschlüsselt und erst wieder entschlüsselt auf euren Handys, wenn wir jetzt zu zweit kommunizieren würden. So, und jetzt ist es so, dass man in den Übertragungsweg nicht reingucken kann. Also normales Telefongespräch kann man abhören, aber in diesen Übertragungsweg kommt man nicht rein. Das ist natürlich blöd für die Geheimdienste. Ich zeige euch gleich, wie die das machen. Die machen eine Quellüberwachung, die überwachen dann schon das Handy. Das kann man ja sozusagen auch dann machen noch vor der Verschlüsselung. Aber rein in den Stream kommt man nicht. Das wäre der wirklich einfachere Weg. Und weil man nicht reinkommt, sagt man jetzt, haha, das ist ja blöde, weil die Terroristen, die nehmen so Dienste wie Threema, WhatsApp, Telegram, Signal und darüber kommunizieren die alle. Und jetzt gab es auch diesen bösen Terroranschlag in Wien und der ist genau über solche Kommunikationsmedien auch ein bisschen angestoßen worden und organisiert worden. Deswegen müssen wir jetzt etwas dagegen tun. Und was sie dagegen tun wollen, ist jetzt geleakt worden. Ich zeige es euch mal. Das ist das Dokument vom 6. November 2020. Da wird erstmal erklärt, was man genau vorhat. Und es wird dort unter, ich meine, fünftens diskutiert. Joining forces with the tech industry. Das ist das, was hier angestoßen werden soll. Also hier soll angestoßen werden, dass competent authorities must be able to access data in a lawful and targeted manner in full respect of fundamental rights and the data protection regime while upholding cyber security. Also die sagen, zuständige Behörden müssen in der Lage sein, Daten natürlich mit Recht und Ordnung einsehen zu können. So, das ist eine, ihr seht, da ist noch kein kompletter Gesetzesentwurf da, aber das ist das, was jetzt gerade angedacht wird vom EU-Ministerrat. Und dann haben die noch unter siebtens innovative, investigative Möglichkeiten, die geschaffen werden wollen. Zweitens defining and establishing innovative approaches in view of new technologies. Also da wollen die auch für die Zukunft schon investigative Möglichkeiten haben, auch bei neuen Technologien, dann analyzing appropriate technical and operational solutions and providing tailored high quality training. Also auch da wieder Hintertürchen noch und nöcher, die geschaffen werden sollen. Und das Ganze soll natürlich in ein juristisches Framework reingepackt werden. Das ist jedenfalls die große Idee vom EU-Ministerrat. Auffällig fand ich hier an diesem Entwurf, das gesagt wird in fünftens, dass die zuständigen Authorities, kompetenten Behörden, ja, also das könnte schon sehr weit führen, wenn wir da nur von kompetenten Behörden sprechen. Wir sind im Moment da so weit, dass wir bei so einer Telekommunikationsüberwachung in Deutschland immer einen Richter brauchen und künftig könnten es vielleicht auch Behörden, also Geheimdienste anordnen. Das würde wiederum dazu führen, dass man selbst nie von so einer Überwachung erfahren würde. Das fände ich jetzt auch ein bisschen hart. Das wird auch meines Erachtens mit unserem Grundrecht so nicht übereinstimmend sein. Ja, das ist jetzt erstmal der EU-Ministerrat. Der ist das zentrale Organ in der EU, zusammen mit dem Europäischen Parlament macht er die Gesetze und er hat jetzt diese Initiative eingebracht, um einfach besser gegen Terrorismus vorgehen zu können. Security through Encryption, Security despite Encryption. Also eigentlich sagen die, das ist was ganz Tolles, dass wir hier verschlüsselte Dienste haben, aber wir wollen doch bitte reinschauen können. Also das ist so das, was grob in dem Entwurf drinsteht, ist auch nur verhältnismäßig kurz. Ich habe es euch mal unten drunter verlinkt, ansonsten sucht ihr einfach nach diesem 12143-1-20 und Brussels vielleicht noch, dann habt ihr es auch im Internet gefunden. Also das ist jetzt geleakt worden und wird jetzt erst einmal, das ist ja das Nächste, was hier kommt, wird jetzt erst einmal als Antrag an die EU-Kommission gesendet. Die EU-Kommission müsste dann eine Verordnung ausarbeiten und diese Verordnung, die würde das Ganze dann zu zwingendem EU-Recht machen. Ich spreche es nur jetzt schon an, weil wir ja bei der EU-Urheberrechtsreform alle ein bisschen spät wach geworden sind. Das muss ich schon sagen, da war da nicht mehr viel zu reißen. Jetzt ist das noch in einem relativ frühen Stadium und man könnte natürlich überlegen, ob sich auch hier wieder Interessensgruppen formieren und rechtzeitig darauf hinweisen, dass das, was hier an allgemeinen Schlüsseln geplant ist, doch ein bisschen weit geht. Also da muss man sicherlich sagen, dass hier die Regierung in alles Mögliche mal eben so reinschauen kann. Da befürchte ich, dass wir dann zu einem gläsernen Bürger werden. Das ist ja so das Klassische, was man bei der staatlichen Überwachung immer so befürchten kann. Wie ist das alles jetzt gesetzlich geregelt? Status quo will ich euch auch noch kurz sagen. In Deutschland gibt es die Überwachung der Telekommunikation, wenn ein Richter damit einverstanden ist oder wenn Gefahr im Verzug ist, kann es auch einen Staatsanwalt anordnen, immerhin. Aber für das, was sozusagen die End-for-End-verschlüsselten Geräte betrifft, brauchen wir eine sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwacher, Quellen-TKÜ. Das ist eine besondere Form der Telekommunikationsüberwachung. Da wird WhatsApp quasi schon überwacht, bevor es verschlüsselt wird. Also auf euren Handys überwacht. Das ist wesentlich aufwendiger. Dann muss man erstmal euer Handy knacken, da drauf kommen. In den Stream selbst rein kann man leichter kommen. Man könnte sich dann zu WhatsApp setzen und dort eben mit einem Schlüsselchen sitzen und sagen, jetzt zeigt mal, was da alles gezeigt worden ist. Und das ist jetzt im Moment diese Quellen-TKÜ auch nur möglich für effektive Durchführung von Ermittlungen im Bereich Terrorismus und organisierter Kriminalität. Also auch da wieder hohe Hürden, bevor überhaupt so eine Quellen-TKÜ eingeleitet wird. Es ist allerdings so, dass wir auch auf deutscher Gesetzesebene immer mal wieder schon Anstöße hatten, so eine Quellen-TKÜ auszuweiten. Auch dieser Generalschlüssel, Staatstrojaner, schwirrt euch vielleicht auch noch im Kopf herum, ist auch etwas, was ja damals schon mal eingeführt worden ist. Also insofern, hier gibt es natürlich auch auf nationaler Ebene immer wieder Vorstöße, dass man eben entsprechend so eine End-zu-End-Verschlüsselung knackt oder verbietet. Fakt ist, hier soll nichts geknackt oder verboten werden. Man möchte nur den Generalschlüssel haben, aber damit ist sie ja hinfällig, wenn einer reinschauen kann und wenn überhaupt so ein Generalschlüssel existiert. Ja, ich hoffe, ihr lasst ein Abo für den Kanal da, damit wir das hier gemeinsam weiter beobachten können, sobald ich was Neues dazu habe. Zu den nächsten Beratungen werde ich das Thema hier sofort wieder aufgreifen. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Man muss ja manchmal so Themen auf einer Agenda erstmal heben, damit darüber gesprochen werden kann. Das tue ich hier mit. Das ist sozusagen mein erstes Video dazu, aber es wird garantiert nicht das letzte bleiben. Traurigerweise befürchte ich. Bleibt mir treu, schaut euch auch noch diese Videos an. Ich werde das verfolgen. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall schon wieder, dann mit einem freshen, neuen Thema. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.